Ich grüße euch von das Antitose und kommt zurück zu Dead by Daylight. Vor ein paar Tagen habe ich euch gefragt, vielmehr eine kleine Umfrage gestartet. Ich habe euch einmal gefragt, welcher Killer hat das beste Mori im Spiel. Dann habe ich das ausgewertet, dann gab es ein kleines Halbfinale von vielen, die quasi Kopf vor dem Kopf waren. Davon gab es zwei Gewinner, die sind ins Finale eingezogen. Und im Finale durftet ihr letztendlich von den Finalisten aussuchen, wer von ihnen hat das beste Mori. Es war ein kleines Minispielchen für den Preis, das goldene Mori. Und ihr habt entschieden und ich war sehr erstaunt tatsächlich, als ich das Endergebnis gesehen habe. Ihr wart euch ziemlich, ziemlich einig, muss ich sagen. Und der Gewinner ist der gute Chucky. Chucky, herzlichen Glückwunsch, du bekommst das goldene Mori überreicht. Und weil ihr dieses Mori so feiert von Chucky, habe ich beschlossen, noch eine Runde Chucky hinten dran zu schmeißen. Ich bin kein guter Chucky, ihr wisst das. Aber ich versuche so viele Moris für euch zu bekommen, wie es nur geht. Also viel Spaß mit der Chucky Mori Runde und danke fürs Mitvoten. Und da sind wir auch schon in der Chucky Mori Runde. Ich hoffe, ihr kriegt ein paar Moris für euch zusammen. Wie gesagt, ich bin ein sehr, 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 sehr schlechter Chucky. Ja, ich werde aber mein Bestes geben, um euch das ein oder andere Mori kredenzen zu können. Und da haben wir auch schon den ersten Kandidaten. Hier ist ja ein ganzes Nest und dass ich den getroffen habe, den Schleiß, Alter. Was ist denn das für ein Hit? Da war er höchst illegal. Oh, war er kaputt. Na? Ich gehe hinterher, juckt mich nicht. Hallo, hello again. Ja, sehr schön. Da hat jemand nicht aufgepasst. Und ab geht's. Boah, kaputt machen. Hello? Wer kommt denn da schon um die Ecke? Mech. Noch ne... Wie viele Mechs habe ich denn hier? Zwei. Oh, yeah. Und zack. Ich habe das Addon dabei, dass ich halt die Auren sehe, wenn ich schleiße. Und ich liebe dieses Addon. Also nach wie vor eins meiner Lieblings-Addons auf Chucky. Aurasicht während des Schleiß-and-Dice ist einfach das Beste, wo es gibt. Also es gibt echt nichts Besseres. Ich nehme nochmal hier die Glyphe mit. Hier lohnt sich kein Pop. Ah, hier wird gerettet. Ah, immer noch bei 5 Gents. Aber das kann sich ja auch schnell ändern. Oh, daneben geschleißt. Schade. Es war aber Millimeterarbeit hier, was der Jonah betrieben hat. Ah, kriegst du eben so einen Hit rein. Oh, er rennt in die Bude, okay. Ja, hat sie gut gemacht. Das sah brutal nach einem Sprint-Boost oder so aus, was die ja genutzt hat. Oh, was soll das denn für ein Matrix-Move? Jo, 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 Claudia. Das war... ...aber höchst verdächtig, meine Liebe. Jo, 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 jo. Also ich könnte... Also WeTalk... ...ich könnte nicht so ausweichen. Das muss man ganz klar sagen. Aber bisher läuft aber noch alles sehr, sehr fair. Ich habe auch Spielzeug dabei. Oh, ja, hier oben sind die. Aber wo? Ich habe keinen Drop-Sound gehört, dass jemand drunter gejumpt wäre. Okay, ein paar Leute machen ihre Spielzeuge kaputt. Ah, wieder so ein Matrix-Move, Alter. What the hell? Und eine Palette irgendwo im Nirgendwo. Er rennt schon gleich zur nächsten Palette. Den kriegst du reingedrückt, Alter. Und er verlässt den Loop. Er verlässt den Loop. Und zack. Kollege, das hat die Clöd ja auch eben versucht. Hat nicht funktioniert. Aua, aua. Jetzt gehen aber hier die Jans auf einmal an. Holy moly. Ja, die haben sich lange Zeit gelassen. Die haben sich lange, 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 lange Zeit gelassen. Und auf einmal gehen hier drei Jans in Folge an. Ja, dann wollen wir uns mal den Jonah erneut annehmen. Oder wir nehmen die Clödja. Ah, Leute, Leute. Ich will Mori zeigen. Okay, okay. Wir müssen Jonah finden. Sorry. Sorry. Da müssen wir in den Jonah nochmal rein. Zack. Der ist leider noch gar nicht movie ready. Leute, ich habe gesagt, ich bin ein super schlechter Chucky. Tut mir leid. Ja, die sind sehr fokussiert auf die Generatoren. Weil ich halt Mori dabei habe. Ich habe auch nie Glück mit den Survivoren. Dass ich welche bekomme, die in Angststache verfallen, wenn ich das spiele. Ne, ich kriege immer nur die Gen Rusher. Die würde ich reinknüppeln, wenn ich verdeckte Opfergabe spiele. Moinsen. Zack. Weil die Schleißes, die sitzen gut. Die Schleißes. Aber der Rest stimmt halt nicht. Ich hätte ja mehr Gen Defense mitnehmen müssen, glaube ich. Ein Pop reicht halt nicht. Schon ärgerlich. Nur noch einen Generator. Okay, aber die laufen hier alle nicht. Die machen ihre Spielzeuge kaputt. Okay, mal schauen. Das steht immer noch. Obwohl da der Jonah hing, hat das keiner gebrickt. Ist auch interessant manchmal. Okay, die wurde gerettet, die Meg. Da ist Kölia. Aber. Bist du Mochi ready? Nee. Alter, was? Als ob ihr alle erst Second Hook seid jetzt erst. Uiuiuiui. Ich will doch Mochi präsentieren. Für meine Community. Jonah, ich habe dich gesehen. Na, wo ist Kölia hin? Ich dachte, die läuft so Killer Shack. Let's play the Kölia again. Oh. Ah, gefaked. Da habe ich gefaked. Oh ja, Mochi. Sehr schön. So, das erste Mochi hätten wir. Ab dafür. Oh, es war mir klar, es wird der Jonah gewesen sein. Ja, da ist er. Kollege Schnürschuh. Oh, da habe ich dich. Und auch Mochi. Sehr schön. Das sieht man auch jetzt besser. Bei der Meg war eben zu viel Gras im Weg. Die Kölia geht sofort raus. Ja, die Mekka, okay. Ja, sehr schön. Aber zwei Mochi mit einem Killer, den ich wirklich gar nicht gut kann, wie ich finde. Ist schon richtig, richtig nice. Und ihr habt ja auch gewählt. Chucky hat das beste und schönste Mochi. Und er hat wirklich eins der, wirklich eins der besten Moris. Sehr, 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 sehr nice auf jeden Fall. Wenn euch die Runde gefallen hat und generell das Video, ein Däumchen nach oben wäre geil. Wenn ihr Bock habt, ein Abo wäre richtig, richtig insane. Ein ganz besonderer Dank geht raus an meine Kanalmitglieder, die mich sogar finanziell unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao, liebe Freunde des Antitors. Bis dann.